Hi ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst, dass ich seit einiger Zeit hier in meiner Werkstatt versuche, sie perfekt wie möglich zu gestalten, beziehungsweise einzurichten, dass ich hier wirklich gemütlich, vernünftig arbeiten kann. Was mir aber im Moment nicht gefällt, ist nebenan die Werkstatt oder die andere Hälfte meiner Werkstatt, und zwar da, wo das ganze Holz gelagert ist oder einfach rumsteht, wie auch immer. Ja, da soll auf jeden Fall ein bisschen Ordnung rein. Und dafür werde ich jetzt erstmal die Kamera schnappen und euch mal zeigen, wie es drüben aussieht. Hier befindet sich die peinliche, unschöne Ecke. Da werde ich jetzt den Wagen hinstellen, schön auf Rollen, das brauchbare Material schön einsortieren. Ich habe auch noch hier jede Menge kleinere Abschnitte, Massivholz. Ja, da werden wir mal sortieren, gucken, was man nutzen kann und was nicht. Legen wir mal los, schneiden wir mal unsere Platten zu. Dafür nehme ich mir jetzt mal ein, so eine Multiplex-Platte, schmeiße es auf die Werkbank. Ah, jei, 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 jei. So, die Platte wird jetzt in drei Bereichen unterteilt. Hier kommt die Rückwand hin, wo dann später die Platten schön angelehnt werden können. Der mittlere Bereich, da werden Zwischenböden eingesetzt, um kleinere Stücke reinzulegen. und der vordere Bereich wird dann für etwas längere Leisten und, 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 um die dann, ja, senkrecht aufzustellen. So, dann machen wir uns hier mal die Markierung hin. Da, wo die Platte nämlich verschraubt werden soll. Insgesamt neun Bohrungen haben wir jetzt gemacht. Wir werden die Platte jetzt einmal hinstellen, weil so ist es dann einfacher, auf dem Boden das Ganze zu machen. Und dann schrauben wir das fest. Nehmen wir mal unsere Platte. Stellen sie dann hier dran. Diese Eckspanner. Ein paar Schrauben. Leider ist mir hier die Kamera ausgegangen. Deshalb fehlt die Aufnahme, wie ich die Schrauben reindrehe. Aber ab dann geht es wieder weiter. Die erste Trennwand, beziehungsweise die Rückwand, die ist schon mal montiert. Eine weitere Trennwand wird kommen. Die wird allerdings nicht so hoch sein, sondern die wird nur 600 hoch sein, statt 830. Und die werde ich jetzt zuschneiden. Den Zwischenraum, wir haben einmal 400. 400 oder 450. Wir haben einmal 400. Eine gerade Zahl. Dann nehmen wir uns mal hier so 15 mm. einen Abschnitt. Wir markieren uns die Stelle. Von hier aus gehen wir dann runter. Da werden wir jetzt wieder Löcher reinbohren. 157 mm. Mit dem Korpus zwingend funktioniert das natürlich einwandfrei. Da kann man das nämlich unten abmessen, festziehen, festschrauben. Super. Dann nehmen wir mal unsere erste Platte. Und die nächste Platte würde dann hier hinkommen. So stelle ich mir das vor. Hier haben wir jetzt das Reststück. 230 mm. Kann ich mir ganz bequem ansetzen. Eine Markierung. Und Schritt für Schritt runter. Jetzt nehmen wir uns hier ein weiteres Reststück. Das hat das Maß 223. Das ist nämlich das Innenmaß. Das werden wir uns hier ansetzen. Einmal klack. Ja, super. Super. Jetzt fällt es genau da unten hin, wo ich nicht drankomme. Ach nein, das kann doch nicht. Wie wäre es denn, wenn du das einfach mal erst mal festziehst, Ali? Erst mal das Teil festziehen. Das Zwischenstück, den Abstand, haben wir ja hier. Jetzt müsste ich das ja einmal unten auch machen. Dafür müsste das Ganze einmal auf die Bodenplatte gekippt werden. Bevor ich das mache, befestige ich die Rollen. So, damit sich der Boden eventuell durch das Gewicht nicht verbiegt, habe ich mir gedacht, schraube ich da ein paar Streben dran. Die Strebe darf nicht höher sein als die Rollen, sonst wird das Ganze ja gar nicht funktionieren. Das ist zwar jetzt nicht die richtige Zwinge dafür, weil ich das Original nicht habe, aber das ist egal, das funktioniert auch hiermit. Jetzt machen wir da jeweils vier Stück, vier Bohrungen rein. Dann machen wir das jetzt ein bisschen. Dann machen wir das jetzt ein bisschen. Dann machen wir das jetzt, dann legen wir das Anwendungsgleich. Das ist Bombenfest. Einmal vor sich umdrehen, weil die Bretter, die sind ja noch nicht fest. Cool, genau so habe ich es mir vorgestellt, es ist natürlich noch nicht fertig. Oh nein, jetzt ist das fest oder was? Na komm bitte, bitte. So. Schrauben. Hä? Irgendwas stimmt ja nicht. Den anderen habe ich verkehrt rum gemacht. Der andere ist verkehrt rum drauf gewesen. So, jetzt ist es aber richtig. Ach komm, das ist eng. Warum? Warum? Ja, warum wohl? Weil ich hier keine Stütze hatte. Ach man Ali, ey. Das war jetzt blöd von mir. 35,1. 35,1. 35,1. Das Grundgerüst steht schon mal. Geil. Hier kann man dann die kürzeren Stücke vielleicht drauf schmeißen. Ich weiß es nicht. Das werden wir später sehen. Es steht auf jeden Fall schon mal. Und ich muss sagen, stabil ist es auf jeden Fall. Und ich glaube auch nicht, dass sich da irgendetwas durchbiegt. Dadurch, dass wir jetzt die drei Streben unten dran haben. Ach Mist, ey. Scheiße. Hm. Mist. Ach man, ey. Ich hätte die längere nehmen sollen. Ja, ich habe ursprünglich eigentlich die Breite auf einen Meter geplant. Es sollte nur einen Meter breit sein. Da habe ich mir gedacht, komm, bevor ich da jetzt alles zersäge, lasse ich die Plattenlänge. Jetzt reichen mir diese Alustäbe nicht aus. Also auch nicht die Menge, sondern die Länge. Ich mache hier ja erstmal die zwei 600er Stücke. Hier haben wir einen unserer Bretter. Das sollte nämlich hier auf die Seite. Das andere dann links davon. Ja, so in etwa. Dann sollten da Streben zwischen kommen. Hier diese Aluröhre. Schöne. Schöne. So, das ist jetzt schon mal. Ich konnte hier noch nie. Aber ich konnte noch nicht mal, dann ist es so. Schöne. Schöne. Was ist es jetzt hier? Schöne. Ich bin hier. so wie wenn jetzt löcher bohren 6 mm damit die parallel zueinander sind legen wir die jetzt so an machen und die markierungen haben wir hier ab 5 cm 10 cm 12345 nehmen uns hier unseren anschlagwinkel übertragen die linien beziehungsweise die markierung passgenau mit sich von der linken platte und mit sich von der platte ein bisschen nach außen dass da noch etwas luft ist so da machen wir uns jetzt noch mal eine linie stecken auf einer seite den stab rein auf der anderen seite ebenfalls jetzt ist natürlich die herausforderung die stäbe da reinzustecken falsches loch nein 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 ich habe doch keine fünf hände wie soll ich das denn machen perfekt passt die leiste unten dran es hat echt super geklappt das material hat komplett ausgereicht es sind nur noch diese zwei streifen übrig geblieben oder vielleicht noch ein zwei kleine stückchen die jetzt gerade mülleimer liegen ich bin froh dass ich das jetzt gebaut habe und bin gespannt wie es morgen dann weitergeht ich werde nämlich da die ecke morgen komplett mal weg leer räumen den wagen dorthin stellen und alles was ich brauche hier drauf packen ich mache jetzt feierabend und ihr seht mich gleich wieder weiter schnell alles 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann haben wir hier diese ganzen kleinen Massivhölzer. Das sind schöne Abschnitte, die man an die Seite legen kann. Liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren, damit ihr beim nächsten Mal wieder Videos von mir vorgeschlagen bekommt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hatte auf jeden Fall Spaß und bin jetzt auch glücklich, endlich mal hier Ordnung zu haben. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachbauen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.